Eine Autofahrt ist schön, man kann ungestört die Welt besehn. Aber eine Nürburgringfahrt ist bestimmt von ganz besonderer Art. Wo es drönt, wo es schallt, wenn der Startschuss knallt, da bringt uns kein Pferd mehr fort und wir kennen nur ein Losungswort. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt, dann wird getankt, dann wird geschmiert, dann geht's auf Reisen und geparkt wird aus Prinzip im grünen Wald. Vom Start zum Ziel passiert so viel. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt. Tags vorher geht es schon. Selbst die Oma findet das Famous. Jedes Jahr hält sie Parat, Harteierwurst und Fleischsalat. Und verirrt sich ein Hahn auf die Autobahn. Gibt es abends Frikassee und man hört aus jedem PKW. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt. Dann wird getankt, dann wird geschmiert, dann geht's auf Reisen und geparkt wird aus Prinzip im grünen Wald. Vom Start zum Ziel passiert so viel. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt. Wenn auf dem Nürburgring die Rennmotore kreisen und ihr Donnern in den Bergen wieder halt. Da war es immer noch nicht. Aber mit Nürburgring die Rennstoffe der Renn께� bei der Rennotore kreisen. Aber mit Rennot specialisiert den Bergen wieder halt.